Äh, also Salz glaub ich gab's da nämlich auch und ich weiß nicht, nach Mieres Freilnis, also 11 Uhr gab's da nicht, da bin ich mir ziemlich sicher, aber na gut. Salz vielleicht. Dann mit Schuppenschwamm, ich meine, bis zur zweiten Zeberschwamm, ähm, Brinnenall, mit, 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 bis zur zweiten, mit, mit Todesglockenblume, ah geil, äh, Giftaufbau, aufbauer, denkst du gut, stimmig, ja. So, Edmund, Ende, eine Forderungenblume, mit,uhr, weiter. Dann mit Schuppenschwamm, Lane Blume, uhr, wieder Aundir, mit Todesglockenblume. Äh, kann man die Zaubertrain supervisor hier eigentlich auch benennen. Ach geil, das hat sogar Most Ripon von St. Nein, ich glaube nicht. Also im Vorgänger, da konnte man halt auch die Zaubertränke benennen. Gut, habe ich jetzt nie gemacht. Aber was man hier kann, ist, glaube ich, die Waffen umbenennen, wenn ich das richtige Gedächtnis habe. Glaube ich. Weiß nicht. Ich glaube aber, das Weizen, das hat man auch noch für irgendeine Gesundheitstrank gebraucht. Oder? Ach, keine Ahnung. Hm, muss ich da wieder herstellen. Sehr gut. Okay, jetzt haben wir nur noch die. Äh, und wenn wir hier mal schauen, auf Zutaten. Ja, okay, gut. Ja, ist auch egal. So, jetzt sind wir fertig. Endlich. Das war jetzt mindestens ein halber Part hier. So. Hier oben können wir noch unsere Waffen verzaubern. Arcana-Verzauberer. Um einen Gegenstand zu verzaubern, musst du eine Verzauberung kennen und einen gefüllten Seelenstein für die Verzauberung besitzen. Verzauberungen werden, äh, genau da. Verzauberungen werden gelernt, indem verzauberte Gegenstände entzaubern und damit zerstört werden. Gut, äh, können wir denn was entzaubern? Ähm, ja, das brauchen wir nicht. Das können wir zerstören. Und das, da kann man auch zerstören. So, jetzt haben wir keine Sachen mehr zum Entzaubern. Jetzt können wir auf den Gegenstand und dann zum Beispiel auf den alten Nordpum gehen. Dann auf Verzaubern. Dann können wir hier machen, ja, genau. Äh, solange die Monde am Himmel stehen, brennt das Ziel für 10 Schadenspunkte. Und dann noch einen Seelenstein, äh, und so. Und dann noch einen Seelenstein und dann den da. Mach' ich jetzt aber nicht, weil, äh, oh, weil... Ach nein, komm, jetzt mach' ich mal. Ja, so. Und jetzt haben wir einen Zauberbogen, der verzaubert ist. Hier läuft es halt zu grün jetzt und macht ein bisschen mehr Damage in der Nacht, wenn ich das richtig verstanden habe. So, muss ich mich hier... Ach, das... Wir sind wir wieder hier. Äh, hier sind wir wieder hier. Nein, passt schon. Deutsche, ich gönne gut. So. Ah, da, da, da. Die Legende des Roten Adlers. Da bekommt man nämlich, glaube ich, auch eine Quest, oder? Ja. Hi, Gansl. Toll, du bist mitten in der Aufnahme. Ja, genau, jetzt finde ich das Schwert, das Roten Adler auch. Vielleicht muss ich das mal lesen. Ich glaube, das kann ich auch erzählen, also... Und Schwert halt und es muss gefunden werden. Genau, weil sie es leider auch nicht mehr sind. Äh, jo, dann nimm ich das. So, wo das kommt. So, ein Momentchen mal. Gansl, ich nehme gerade auf. Ausrufezeichen. Kleiner Fettzeug. So, der hat auch. Ja, das ist ein Schokobob. Ja, ja, Dietrich. Best, genau, ever. Ne, bis halt Schoko. Ach, ja, kapotzt er. Gäste werden wahrscheinlich auch noch... Fick dich ganz schön. Du bist so scheiße. Ja gut, da macht er ja gar nichts. Ah, ein Zauberbuch, geil. Was sollte ich machen? Was sollte ich machen? Ah geil. Oh scheiße, jetzt hat sie mich schon gesehen. Ah, äh, nur, halt euch mal, warum ich gerade so lange laufe, das ist diese eine Verzauberung da, weil da läuft man dann viel lang drin. Und ich füttere mich jetzt mal mit den ganzen Sachen hier, weil die füllen halt auch gezinnt halt auf. Da kann man dann auch kochen, dann fühlt es mir. So. Und dann, auf die Knie, bombiert. Ja, glaub ich. Alter, jetzt halt... Kein Konter. Jetzt halt sich die Tussi da auch noch, boah. Schöne Äpfel. Halt ihn da, wo ich mich! Ja, so lange sind wir mit einem Durchwetterangriff. Und... Headshot! Oder so. Und... Ach, komm schon! Steh mich auch, du triffst dich. Nein, du halt dich jetzt! Komm schon, bitte! Hör auf! Ihr seid jämmerlich! Jetzt noch! Jammern! All die Pfeile... Killingmuss, sie können auch richtig geil sein. Nö, das war das. Na ja. Äh, die Pfeile Killingmuss können auch richtig geil sein, nur halt aus Entfernen, ganz sieht man richtig, wie der Pfeile fliegt. Ach, ich bin echt genial. Wie ihr zehn Pfeile oder so in ihre Brust stecken. So, Eigenzeit, Quartierschlüssel... So. Äh, an den Schlüsseln da bekommt man später auch ne ganz schöne Sammlung. Äh, aber zum Glück wiegen die nix. Und dann ist das auch nicht so schlimm. Man hat halt dann später auch manche Schlüssel doppelt, was irgendwie lollig ist, aber... Na gut, ist nicht so schlimm. Ähm... Hier. Einen Panzer. Das ist gut, aber das ist ne schwere Brustung. Mensch. Was ich mir hier erlesen habe? Schmack... Schneebeere. Und nun nimmt Wein. Brauchen wir nicht. Äh, sie entstehen... Tollschädel! Wart mal. Das ist interessant hier. Hat sich da der Mund dann so bewegt? Oh nein, schau das auch nur so aus. Ich dachte, die... Also die obere Mundhälfte, also bei den Lippen, dass sich die Lippen dann halt so... Runde und hoch, also die Zähne, die sie bewegt haben. Ein Kussliebster Mutter, das hat dann auch was mit der... Gilde... äh, mit der... mit der dunklen Bruderschaft zu tun. Okay, gut. War das echt schon alles? Ich denke... Okay, was dann... Ach, gut. Und war das offenbar die Fassung jetzt? Ich trinke mal eben was. Ist ja gut. Lalalalalala. Lalalalala. Hallo, Lade-Ladescreene... Ich mag dich nicht. Ich mag dich nicht. Einje, äh. Ich kann nichtanda hanger aufsteigen. Gut. Ä. Äh. Woh minus honey, jetzt noch male. Da. Ja dafach wäre es können. Ich glaube aber das... Alter. Ihr wollt nicht, doch... Komplett ab oder Prozent Eitel ihr wollt mich doch verarschen kommen vier beschwöre reingerannt morgen in der Hand da da von den letzten Stufenaufstieg hat Prozent er wird mich doch vor allem oder er hat uns jetzt überlegen wird da wieder rauskommt so das ist vielleicht schon ein erledigen ohne dass sie überhaupt geschossen werden um und schlosser abdach ja auch wenn alle nicht anstürzen dort neue stufe ja, Gesundheit, ich glaube, das kann man gerade echt nicht brauchen. Talente verbessern muss ich nicht. Ja, genau. Ach so. Ja, das war schon alles. Ah, nicht. Toll. Da. Gnade! HAL-PUSSY! Erst sagt er Gnade und dann will er mich noch töten, ne? So geht's. Fresse! 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 Gell, ein Move! Bam! Ja, genau, in den Kopf rein. Das macht man mit Totenbeschwörern hier. So. Noch mal wieder Herstellung verbessert. Boah, das geht am Anfang so richtig schön schnell, ne? So, hier, Wacholderbären, nicht gesehen, steilig gut. Oh, sag mal, hier. Bienenstockhülle, ne, gut. Rolle der Harmonie. Hat ausgerechnet einen Totenbeschwerer dabei. So, aber hier, Zauertrand der zusätzlichen Magiker. Rolle der Massenlärmung. Das ist auch nicht schlecht. Oh, 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 oh. Oh. Wenn Leute rumtragen, das klappt leider nicht ganz so gut. Ah, ah, ah. Oh, schade. Gnade. 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 nicht gerade nur die Grafik auf Mittelgestellte Romar in die Höhe es könnte ja keine Tiere man ist ein Punkt ein Tor auch und und das ist doch nicht euer Ernst oder doch so Fuchs aufpassen und dabei fest warum heißt es beim Fuchs Fuchs und bei einem der Abwehr enthält wenn wir uns bekommen 3 so als wir jetzt hier um den Berg oder so ja man entspricht halt auch ab auf schnaufen zu viel und daher wie gesagt das hat er nicht gesehen komm schon um die wie gesagt es ist es ist nicht normal dass ich so unter der Woche aufnehmen weil ich glaube da bin ich auch ziemlich verplant war Prozent am Wochenende aber ich habe halt jetzt einfach am Wochenende nicht mehr geschafft und ich lade gerade nicht mehr in der Grunde Zeit er hat dann keine Parten mehr er hat er hat sich halt keine Parten mehr und jetzt brauche ich dringend neu und ich nehme mich jetzt mitten in der Woche auch ein der Welt nicht an mir noch lieb Kiki um 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 zuerst welchen wir mal lieber ach ich mag es nicht mehr sprechen von 10 das sieht so aus wie dieser ihr wisst schon wie seine steinkreis da in england und heißt er hochwert ich will euch nichts böses alter brennt nicht so schnell die traf ich so nicht schmerz schmetterling oder zwei hier und ohne mussten stehen